Hallo und herzlich willkommen auf Lurella.de Schauen wir uns eine weitere Extremwertaufgabe an und zwar diesmal eine Dose Ich habe euch hier mal eine Dose mitgebracht die wir aus Gründen, dass wir keine Schleichwerbung machen wollen und schön Lurella Orange abgedeckt haben eine ganz stinknormale Konservendose und wir wissen, sie hat einen Inhalt von 290 Milliliter Nun wollen wir herausfinden diese Dosenhersteller müssen natürlich darauf achten möglichst wenig von diesem kostbaren Aluminium zu verbrauchen das heißt sie müssen die Abmessung so machen dass die Seitfläche und die beiden Kreisflächen möglichst geringe Fläche haben das heißt möglichst wenig Aluminium verbrauchen und das wollen wir dann überprüfen wie dann die Abmessung sein müssen also wie hoch dann die Dose sein muss und was für ein Radius dann diese Kreisform haben muss Nun, das heißt, was wissen wir von dieser Dose? Nun, es passt rein 290 Milliliter also 290 Kubikzentimeter das können wir also schreiben, was passt rein das ist das Volumen V ist also dann tatsächlich 290 und wenn wir das als Formel was ist das Volumen von einem Zylinder? Nun, das ist die Grundfläche, das ist dieser Kreisfläche mal die Höhe Grundfläche ist Pi Apparat also der Kreis und dann mal die Höhe das müssen wir schon mal Nun, jetzt ist uns die Frage jetzt erstmal wie immer, was ist gegeben und was ist gesucht? Nun, was suchen wir? hier die Fläche dieser Außenseite und dieser beiden Kreise das heißt, wir suchen exakt die Oberfläche von diesem Zylinder das heißt, Oberfläche O ist dann genau diese beiden Kreisflächen das heißt, 2 mal Pi R Quadrat und dann kommt noch diese Seitenfläche dazu die Seitenfläche die hat gerade als Grundseite einmal im Umfang das heißt, 2 Pi R naja, und als Höhe wenn man die aufklappt, ist das ein Rechteck als Höhe gerade unsere Höhe das heißt, da haben wir zwei Formeln und zwei Variaten die Variaten R und H und die beiden Formeln für Volumenoberfläche unsere Funktion, die wir letztendlich dann berechnen wollen das ist die Oberfläche wir wollen möglichst geringe Oberfläche also möglichst geringe Materialverbrauch das heißt, wir wollen dass diese Funktion O minimal wird das heißt, wir wollen da einen Tiefpunkt herausfinden und die Funktion, die wir letztendlich dann extremal werden lassen wollen die nennt man die Zielfunktion und immer wenn wir noch eine zweite Funktion zusätzlich haben ohne die es nicht funktioniert weil wir haben hier R und H drin das können wir nicht extremal werden lassen wir haben eine Variable zu viel um diese zu eliminieren haben wir diese zweite Formel und diese zweite Formel wenn man die als Hilfe benutzt ist die sogenannte Nebenbedingung und diese Begriffe müsst ihr euch merken und nun müssen wir schauen wie können wir die Nebenbedingungen zur Hilfe nehmen damit wir hier in dieser Zielfunktion zwei Variable nur noch eine haben wir wissen 290 ist gleich Pi A Quadrat mal H nun, klassischerweise natürlich versucht man eine Variable zu eliminieren indem man nach einer Variable auflöst und dann die andere einsetzt also das Einsetzungsverfahren verwendet hier bietet sich an einfach durch Pi A Quadrat dann habe ich H gleich nun 290 durch Pi A Quadrat und jetzt kann ich das hier in die Oberfläche einsetzen das heißt ich habe dann kein H mehr drin sondern nur noch den Radius R das heißt O von R wäre dann die Funktion das ist 2Pi A Quadrat das ändert sich gar nichts und dann hier 2Pi R mal 290 durch Pi A Quadrat weil das gerade H ist also 290 durch Pi A Quadrat dann geht einiges raus das Pi geht raus 1R kürzt sich hier mit dem das heißt übrig bleibt 2Pi R Quadrat plus nun 2 mal 290 das sind 580 hier steht nichts mehr aber im Nenner steht noch ein R das heißt 580 durch R das ist also unsere Zielfunktion und nun müssen wir herausfinden wo hat diese Funktion einen Tiefpunkt das können wir tun indem wir diese Funktion ableiten dafür bietet sich noch alles ein bisschen zu vereinfachen 2Pi R Quadrat plus 580 R hoch minus 1 damit wir die Potenzregel anmelden können also O' von R 2Pi R Quadrat das R das Quadrat kommt nach vorne also 4Pi R und jetzt hier 580 R hoch minus 1 das minus 1 kommt nach vorne das heißt hier minus 580 und nun da wird es um 1 reduziert im Exponenten das heißt R hoch minus 2 das ist unsere Ableiter und die müssen wir nun gleich 0 setzen und auflösen wenn wir das machen dann bekommen wir erstmal nun wir haben hier R hoch minus 2 in R damit können wir nicht viel machen das heißt erstmal den Bruch eliminieren das heißt ich multipliziere die ganze Gleichung mit R Quadrat dass wir hier die R hoch minus 2 weg bekommen das kann ich machen wenn R um gleich 0 ist geht das hier sowieso und naja Grad ist 0 das ist kein Fall in unserem Beispiel das heißt unsere neue Gleichung sieht so aus 4Pi R mal R Quadrat das ist R hoch 3 und dann minus 580 R hoch minus 2 weil R hoch 2 ist 1 das heißt das fällt weg gleich 0 plus 580 also steht da 4Pi R hoch 3 gleich 580 teile ich durch 4Pi 580 durch 4Pi das ist 46,15 und nun muss ich hier die dritte Wurzel ziehen um das R zu bekommen dann steht dann da R die dritte Wurzel aus 46,15 das könnt ihr im Taschenrechner überprüfen das ist 3,59 wir wissen also unser Kandidat ist gerade der Radius 3,59 cm das heißt dass die Dose gerade ein Radius von 3,59 cm hätte und wir jetzt überprüfen ob das auch wirklich das Minimum ist benutzen wir unsere zweite Ableitung das heißt wir müssen diese Funktion hier nochmal ableiten aus 4Pi R wird 4Pi und dann hier minus 580 mal minus 2 das wäre dann plus 1160 R hoch minus 3 und jetzt setze ich ein die 3,59 das heißt O2 von 3,59 dann steht da 4Pi plus 1160 durch 3,59 hoch 3 das hatten wir vorher schon gehabt das ist gerade 46,15 wenn wir das ausrechnen bekommen wir 37,7 insgesamt die Größe ist ja allerdings auch nicht so wichtig wichtig ist nur dass es größer Null ist denn dann wissen wir es handelt sich tatsächlich um einen Tiefpunkt das heißt wir haben unseren Radius bei dem der Materialverbrauch minimal wird und jetzt können wir natürlich auch unsere Höhe ausrechnen das heißt wir müssen natürlich auch noch wissen wie hoch ist die Dose mit diesem optimalen Energieverbrauch das können wir tun 290 durch Pi R Quadrat also durch Pi mal 3,59 in Quadrat und dann bekommen wir die Lösung 7,16 und dann wissen wir die optimale Dose hat gerade einen Radius von 3,59 cm und eine Höhe von 7,16 cm nun wenn wir diese Dose mal anschauen haben wir den Eindruck dass die Dose deutlich höher ist als 7,16 cm das könnte mehrere Gründe haben zum einen befindet sich immer noch ein bisschen Hohlraum drin hört man da ist noch Luft drin zum anderen 290 Milliliter ich habe hier aus 290 Gramm einfach 290 Milliliter gemacht da sind Pilze drin das könnte sein dass da die Dichte nicht ganz eins ist und deswegen noch ein bisschen mehr Platz braucht es könnte aber auch sein dass die Abmessungen so gewählt sind dass diese Frontfläche mit Absicht größer gemacht wurde obwohl dann der Verbrauch höher ist dass man hier vorne schön das Produkt noch bewerben kann und dadurch natürlich besser sich verkaufen lässt auch das wäre eine Möglichkeit in Ordnung schaut doch mal auf der Homepage www.nurella.de vorbei besucht uns bei Facebook Dankeschön ich rehehe die Abmessungen mit dem der Wie ist das in Ordnung? Wann